Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Dampfwachsschmelzer aus dem Hause Tolegano. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Dampfwachsschmelzer für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das damals ein Angebot zum Dampfwachsschmelzer werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, was ist Sinn und Zweck dieser Gerätschaft? Dampfwachsschmelzer werden meist von den Imkern für das Schmelzen der Waben verwendet. Das ist Sinn und Zweck von so einem Dampfwachsschmelzer und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt die Eigenschaften hier noch genauer an. Mit diesem Tolegano Dampfwachsschmelzer bist du im Vergleich zum Sonnenwachsschmelzer unabhängig von der Jahreszeit und der Witterung. Du kannst ab jetzt auch große Mengen an Rähmchen in der ruhigen Winterzeit einschmelzen. Durch den heißen Wasserdampf gewinnst du bereits sehr sauberes Wachs, da schwimmende Verunreinigungen bereits vom Wachs gelöst werden. Dieser Behälter ist lebensmittelecht und hitzebeständig. Volumen von 100 Litern, das ist schon ordentlich. Je nach Rähmchenmaß und Bestückung der Verdampfungstrommel können problemlos zwischen 14 und 20 Waben pro Durchgang eingeschmolzen werden. Zum Schmelzen können ganze Waben eingelegt und die Wabe muss nicht ausgeschnitten werden. Somit kann das lästige Draht in der Rähmchen entfallen. Dieser Wachsschmelzer wird komplett geliefert. Nur noch den Dampfschlauch am Verdampfungsbehälter anschrauben und den Dampferzeuger einstecken. Schon kannst du mit dem Schmelzen beginnen. Es wird kein Werkzeug für den Aufbau benötigt. So, was haben wir hier noch? Der Dampferzeuger hat ein Fassungsvermögen von 4,5 Liter, 2000 Watt und eine Laufzeit von ca. 80 Minuten. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Wie ich finde, ein Dampfwachsschmelzer, der sich preislich nicht zu verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Dampfwachsschmelzer aus dem Hause Tolegano. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Alles Gute und ciao! Bis zum nächsten Mal! Vince